ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk FN PHP ESY is for Pussys ets FUWow ASY IS FOR PU todas 在中间 Nat Cik Stryke kennen wir schon. Stryke kennen wir schon. Ja, passt. Wie Mega Man 2. Okay, das ist ein Fußballstadion. Nein, das ist ein Baseballstadion. Es ist gar nicht. Nein, das ist nicht. Die sind schon so nervig. Mit den Löwen aus dem zweiten Mega Man. Mega Man. Welche Löwen? Die Hunde beim Woodman. Ach Gott, der Woodman. Ich möchte wissen, welcher Ichikawa welchen designt hat. Wir werden es erkennen, der am unfairsten ist von Irgendein Ichikawa. Okay, haben wir es im richtigen Moment. Ja. Jetzt heißt das nicht mehr. Oh mein Gott. Und das Viech ist Kaka. Ja. Au. Wow. Komm schon, schiep, schiep, schiep. Wow. Das schaffst du. Komm schon, schiep, 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 schiep. Ja. Ja. Geht die Demos. Ja, doch. Jetzt wird es Leben geben. Ich komm da drauf. Ich komm da drauf. Ich komm da drauf. Ich komm da drauf drauf. Ich komm da drauf drauf. Ich komm da drauf 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 Was fühlst du da? Was ist das? Schwungfeder? Und was ist der jetzt? Schmerzmittel, Max-P Alter, mach doch noch drauf! Fettsack! Stirb! Na, jetzt kannst du noch mal zurückflatschen. Ja! Es war schon immer so am Feuer. Und jetzt ist da wieder irgendwas. Es ist alles wieder da. Oh mein Gott, alles von mir umbringen! Au! Ja, wir müssen jetzt aufpassen. Aber wenn du es jetzt wieder öffnest, wird es so wieder in den Augen. Ja, siehst du. WTF, was ist das? Oh mein Gott! Ach so, so ein Lift oder so. Hol dir das Teil da. Das bringt doch was. Ich bin kaputt. Was ist das? Oh mein Gott! Du hältst dir das Teil fest. Nein, das bringt doch nichts. Du musst hoch. Du musst andere anschießen und... Wie geht denn das dann? Ja, ich glaube du musst anschießen und dann hoch. Okay. Anschießen und aufjupfen. Ach so! Ah, okay. Dann hol dir das andere auch hier rein, oder? Oh nein, das ist eine Munge. Nein, oder? Du musst nicht legen. Und dann musst du hochschießen und durchreinern anscheinend. Das ist so viel ich dir kenne. Oh, das ist so viel ich dir kenne. Oh, das ist so viel ich dir kenne. Nein! Paulbert ist an der Reihe. Wetten wir was, ich muss von ganz von Nike anfangen. So, jetzt zeigt euch der Pro. Oh, na gerne mal. Oh, zum Beispiel. Ähm, wie schießt du noch? X. 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 Wo rascheln jetzt so viel? Ich weiß, so geht das. Ja. Oh, Albert kann das. Ja. Ja. Von alt. Paulbert übt ja auch mit Megamin 2, mit meinem iPhone. Hehehe. Nicht aufgelen. Sicher passt das. Oh! Mit Elektro. Was macht der? Oh, scheiß. Das kann ich ja. Nein, scheiß immer mal mit Elektro. Oh, fuck. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Du kannst es echt nicht. Du kannst es echt nicht. Wie gesagt, genau so wenig wie. Oh, wie fies. Das ist so richtig krass. Nein, du scheiß krass. Mo, Joe. Yeah. Okay, das spricht ja. Das war die kürzeste Session von mir wahrscheinlich. Das wird jetzt kommen. Und? Er ist tot. Nein. Ah! Ja, der Mo. Der Mo ist unser geheimen Favorit, der das äußerste Andrus spielt. Werdi. Ja, das ist geil. Wow, du bist klein. Oh! Geht schon mal. Oh, ich bin mir aufgeschmissen. Das ist gleich mit dem Wassertropfen und Swerer. Tschüss, 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 tschüss. Oh, er springt genau. Lass mir in Ruhe. Nimm das. Yeah. Am coolsten, was im Megamen 2 war, wo der Mo ist mit den Wassertropfen. Und auch wieder. Nein. Es waren genau drei Wassertropfen und der Mo bleibt genau in der Mitte stehen. Tschüss, lieben Hund. Ja. Hättest du es geschafft. Nein. Ja. Ja, spiel ruhig. Schau, wie der der anschaut. Ah! Tschüss! Ja. Er hat's fast geklappt. Einer. Oh! Oh! Okay, ich kann nix. Oh, wow! Bring auf! Rennst auf! Rennst auf! Rennst auf! Er rennt so will! Oh! Wie kannst du das? Ich kann aber nix mehr machen. Die Idee gibt's gar nicht. Du hast kein Glück. Ja, im Zweir schon. Im Zweir bei Flashlink gibt's. Mann, gell? Das war ein Glück. Stimmt's. Na komm. Du hast immer allem. Ich weiß nicht, was ich schierf. Okay, wieder Thomas anspielen. Yeah! Ich raste es trotzdem. Ja! Ich kann aber von Nike anfangen. Immer wieder gerne. Und wir schalten nicht auf einfach. Kontinuare. Ich schaff das jetzt. Ja. Natürlich. Tschüss, tschüss. So geht das. Ja! 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 Was ist das? Du kannst es auch ein bisschen. Ja, ich weiß. Du brauchst den nicht hinmachen. Sicher, da kriegt man was. Ja und? Immer los kreieren! Wow! Was ist das da drüben? Was ist das? Keine Ahnung. Der ist böse, wir wissen's. Oh je! Der Lieblingsgegner. Der gibt's Namen für den Typ, was? Franz Bert. Nein. Hubert. Der schaut aus wie Klaus. Klaus! Klaus! Komm schon Klaus! Klaus! Du brauchst doch was schnell gegangen. Was sagt ein Wort? What the fuck? For the win. Entschuldigung. Bam, 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 bam! Ach du, du sind jetzt wieder die Idioten. Du brauchst die nur da eigentlich? Ja, ja, ja. Ich kann es mittlerweile. Du kannst die kurz da aufstellen. Jetzt da. Genau so. Meine Taktik nutzt er jetzt. Eine Taktik, ganz sicher. Oh, fuhr! Oh, fuhr! Oh, fuhr! Oh, fuhr! Oh, fuhr! Ha? Ich kann es gerade nicht. Ich weiß nicht. Nicht anschießen, dann schierst du die Scheiße. Ah ja, genau! Mann! So? Was ist das? Das ist ein Reflex. Ich kann es nicht mehr. Okay, jetzt ist wieder der Pro am Spiel. Oh, er hat zum Rascheln. Unser Chips. Mann, spielt eine andere Welt. Nein, der ist cool. Nur weil du das nicht kannst. Du kannst das ja auch nicht. Habe ich damage gemacht? Verdammt. Bam, bam, ba-dam, bam! Schönen Sie auch mal auf den Platz. Du rennt mal weiter. Bam, 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 bam! Okay, ich weiß nicht, ob der Chaos braucht. Klaus! Wie heißt der andere Herr? Wie heißt der Elektra? Ja, der ist der Klaus 2. Wieso? Der schaut doch gleich aus. Aber er hat Elektra. Ja und der schaut aber gleich aus wie der Klaus. Ist der Klaus Franz? Franz Xaver. Der ist so wie der Franz Ah, fuck heu Der Ball trifft ja eigentlich immer Ja, gell? Und der zieht er schon, und der Rest zieht er jetzt einen Du hast den Kopf besiegt Ja, geht's ja gut Ah, da ist nix mehr ein Idiot Das hab ich aber unten auch gesehen Ja, aber vielleicht ist es ja Park oder was Super Negemen Park ist nicht Wie sagst du? Doch, auf der... Oh, das war nice Schießen auch Oh je Ja und, ich hab's geschaut Echt jetzt? Oh, wo? Suchraketenbälle Okay Stirb Baram bam 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 Ja, ich hab'n Checkpoint Baram bam 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 Ich weiß zwar nicht was das kann, aber ich nehm's Baram bam 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 Wenn ich den Kleid hab'n Die Chips sind raus, nein Ich weiß nicht, ob ich den Kleid hab'n Ich weiß nicht, ob ich den Kleid hab'n Ah Oh du bist Oh nein, super Soll ich den Kleid schon wieder Game Over eigentlich? Gleich Geht schon mal, du schaffst das Nein, schaffst du nicht Oh, wow Den Arm durch, lass mich haben Ich klappen kann er halt Oh Oh man, super Oh man Oh man Jetzt ist es nicht so wasch Ja Ja, ich glaub' Oh man Nein Also alle sind mit Vögel die töten, das verdammt uns nicht Das ist wie I wanna beat a guy Genau Was ist das Ding? Nur dass der sagt I wanna beat a guy Klaus 2 Klaus hat die Fresse Ah, nein, nein Der Ball erwischt dich echt immer Ja, da kannst du nämlich seine Hand Waa Woah Ich hab Ball überlebt, ok? Du überlegst das Jetzt mal Stier Ah Das erinnert mich ans Pokémon Geräusch Wenn die auch Bock Dillillillillillillillill